Hi, ich bin Yvonne und ich studiere Modedesign an der Hochschule hier in Trier. Also ich wohne schon seit 13 Jahren hier und war lange Zeit als Musicaldarstellerin unterwegs und auch viel als Choreografin und habe mich jetzt spontan noch für das Studium zusätzlich entschieden. Ich habe einen Workshop hier mitgemacht und dann hat mich das total geflasht. Ich fühle mich da so aufgehoben, weil das so eine familiäre Umgebung ist. Ich habe meine Freunde hier. Trier hat eine geile Größe, ist nicht zu riesig, ist aber auch keine Kleinstadt, sondern ist immer was los. Kann Party machen, kann tanzen gehen, kann sich auch kulturell was anschauen und das vereint Trier alles miteinander. Und dann hat es so coole Plätze wie hier, wo man einfach ein bisschen chillen kann. Mega.